Rezession, Inflation, Krisen, geopolitische Krisen, all das lastet auf den Depots, auf dem Geld der Anleger. Welche Risiken und welche Chancen es da gibt, welche Anlageklassen vielleicht interessant sind, darüber spreche ich jetzt mit Nikolas Saugens. Er ist Marktanalyst bei Feingold Research. Nikolas, schön, dass Sie da sind. Hallo Manuel, ich freue mich hier zu sein. Ja, sehr gerne. Wir schauen vielleicht zuerst einmal auf die Risiken für Anleger, die man vielleicht jetzt auch auf dem Schirm haben sollte. Was ist da besonders aktuell? Zu Beginn des Monats Augusta wirklich eine erhebliche Korrektur gesehen, vor allem in den USA, vor allem bei den Tech-Werten. Aber es hat eigentlich auch Assetklassen, Anlageklassen durch die Bank getroffen. Natürlich auch den Bitcoin beispielsweise, sogar Gold hat als eigentlich sicherer Hafen. Es wird auch eine kleine Korrekturdelle erlebt. Es hatte verschiedene Gründe, die natürlich auch in den Medien schon breit diskutiert wurden. Da war es zum einen zu nennen, die Unsicherheit rund um den Carry-Trade in Japan und die dortige Geldpolitik, aber auch die Berichtssaison in den USA, die mit sehr hohen Erwartungen gestartet war, die nicht so ganz zu halten ist. Da muss man auch im Detail auf das Thema künstliche Intelligenz schauen, wo wirklich ja ansinnig hohe Erwartungen eingepreist sind, ob die sich halten lassen. Und auch das Thema Rezession, wie von Ihnen schon angesprochen, spielt eine gewisse Bedeutung. Und das ist unserer Meinung nach auch die große Frage, die in den kommenden Wochen so ein bisschen eintariert wird im Markt. Wie viele Rezessionen bekommen wir oder sehen wir vielleicht doch diese Soft-Landing, auf die die Börsianer hoffen? Jetzt haben wir bestimmte Risiken besprochen. Gibt es denn zur Absicherung dieser Risiken auch bestimmte Anlageklassen, die besonders Sinn machen? Ganz kurzfristig sollte man natürlich sein Depot überprüfen. Viele Privatanleger hatten in den vergangenen Monaten noch ein erhebliches Tech-Exposer aufgebaut, wie man so schön sagt. Also Tech-Aktien waren sehr stark gewichtet. Das hat sich wahrscheinlich in den vergangenen Wochen auch etwas reduziert durch den Kursrutsch oder wurde dann wieder aufgebaut. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, auf den wir ein Augenmerk legen sollten, weil man hier einfach in den kommenden Monaten unserer Meinung nach mit erhöhter Schwankung rechnen muss. Und auch gerade bei Aktien wie Nvidia wirklich schon viel Speck auf den Rippen ist. Das heißt, man kann natürlich hingehen und einfach auch seine Depotallokation Richtung anderer Sektoren variieren. Da gibt es in den USA beispielsweise viele Konsumgütertitel, die sich sehr gut behaupten. Beispielsweise eine Coca-Cola, die nahezu auf Rekord notiert. In den vergangenen Wochen hat auch eine Starbucks beispielsweise relative Stärke gezeigt. Also eine Aktie, die in den vergangenen Jahren nicht besonders gut lief. Aber da gibt es durchaus einige Titel, die ja eher dem defensiven Sektor zuzuordnen sind und relativ günstig notieren. In Deutschland sind das auch beispielsweise Versicherer, die jetzt natürlich nicht unbedingt sonderlich günstig sind, sondern auch relativ gut gelaufen sind. Aber das sind eher Aktien, die sich in so einer Schwächephase behaupten würden. Lassen Sie uns mal auf verschiedene Anlageklassen schauen. Fangen wir vielleicht mal mit Aktien, also eher Einzelaktien, ETFs und Fonds an. Da jetzt eher Vorsicht nach diesem kleinen Beben, was wir Anfang August gesehen haben? Oder sind das gerade erst jetzt erst recht die Einstiegschancen? Die Märkte legen momentan so eine starke Taktung an den Tag, dass man das wirklich tagesaktuell überprüfen muss. Anfang August haben wir diesen Dip oder diesen Rücksetzer bei Fingal Research gekauft. Mitte August sieht es schon wieder anders aus, denn die Nasdaq vor allem hat ja wirklich sich sehr, sehr stark erholt, ausgehend von diesen Tiefständen. Nvidia konnte über 30 Prozent zulegen. Das heißt, man muss das immer ein bisschen tarieren, wie denn jetzt da die Lage ist und wie unsere Strategie bis zum Jahresende oder zumindest mal bis zur S-Wahl ist, dass wir der Rallye nicht hinterherlaufen. Das heißt, wir kaufen Rücksetzer, sind da auch relativ konstruktiv, aber man muss auch gerade diese KI-Aktien unserer Meinung nach jetzt nicht jagen, weil einfach die Bewertungen schon relativ ordentlich sind. Fondsmanager haben zuletzt auch ein bisschen mehr Anleihen gekauft. Ist das auch was zur Depot-Beimischung? Und wenn ja, als Privatanleger kann man ja nicht überall einfach so Anleihen kaufen. Muss man das dann über ETFs machen? Ja, Anleihen waren vor allem in den vergangenen Monaten, Jahren spannend, als wir sehr hohe Zinsen haben. Jetzt sind wir so ein bisschen in between, könnte man sagen. Also wir sind schon deutlich runtergekommen. Schaut man sich die Bundesanleihe an, dann waren wir zeitweise um drei Prozent. Jetzt sind wir etwas über zwei Prozent für die Zehnjährigen. Man muss dazu sagen, für Privatanleger, viele Privatanleger konnten ja die Zinsen auch über ihr Tagesgeld in ähnlicher Höhe realisieren. Das heißt, da war das dann vielleicht nicht so dringend notwendig, aber gerade auch, wenn man höhere Cash-Bestände investieren möchte, dann führt eigentlich an Anleihen kein Weg voran vorbei. Da gibt es die von Ihnen beschriebenen Geldmarktfonds oder auch Anleihen-ETFs genannt, die das sehr schön abbilden. Das ist eine sehr gute Wahl, aber man kann natürlich auch direkt in Anleihen investieren. Das ist vielleicht für den Anfang etwas unübersichtlich, weil es wirklich sehr, sehr viele Anleihen gibt. Also eine hohe fünfstellige Zahl wird da an verschiedenen Börsen gehandelt. Das ist aber eigentlich relativ gut möglich, sich da mal einzuarbeiten. Es gibt halt verschiedene Parameter, mit denen man sich beschäftigen muss. Ganz wichtig auch, wie von Ihnen schon gesagt, man muss einen Broker haben, bei dem man Anleihen handeln kann. Das sind die meisten Broker, ist das gängig. Vielleicht bei einigen Neobroker nicht. Also mal in die Details schauen. Aber ansonsten ist das gut möglich. Wir haben schon ansatzweise über Gold gesprochen. Hat sich trotz allem relativ stark gehalten, fast auf Rekordniveau. Gehört auch Gold so zur Depot-Beimischung dazu? Ja, für uns ist das immer so eine Grundempfehlung, dass man eben einen Grundstock an Gold im Depot hat. Es gibt ja auch die Möglichkeit, sich physisches Gold einzulagern. Das ist auch eine Variante. Und ja, wir haben bei Gold natürlich einerseits die Perspektive als sicherer Hafen, auch gerade rund um die Krisen im Nahen Osten gefragt, aber eben auch diese Perspektive Richtung Rezession und Richtung Zinssenkung, wovon Gold eben profitieren würde. Und man hat das in den vergangenen Monaten sehr schön gesehen, dass Gold so ein bisschen nach unten abgesichert war. Also jeder Rücksetzer wurde doch ziemlich schnell gekauft und man kommt da nicht mehr richtig günstig rein. Also insofern kann man sich auf die Lauer legen und sonst einfach die Position laufen lassen. Bei Bitcoin ging es ziemlich parallel so zu den Aktienmärkten erstmal richtig nach unten von gut 70.000 auf unter 55.000 Dollar. Dann gab es auch wieder eine Erholung. Aber Bitcoin, hat man gesehen, ist zum einen nicht so eigenständig als Anlageklasse, sondern sehr an den Aktienmärkten dran und zum anderen weiterhin sehr volatil. Genau, also viele Bitcoin-Fans hätten natürlich den Bitcoin so ein bisschen als das neue Gold, als sicherer Hafen im Depot. Diese Funktion wird leider nicht immer erfüllt, sondern wir haben eine sehr hohe Korrelation auch gerade zu US-Tech-Werten, eben mit diesem Risk-On, Risk-Off an den globalen Märkten. Und da ist dann Bitcoin eben oft unter Druck, wenn eben Risk-Off gespielt wird. Das haben wir zu Beginn des Monats sehr schön gesehen. Jetzt muss man grundsätzlich sagen, ja, Bitcoin weist immer noch eine sehr, sehr hohe Volatilität auf. Und wir haben da einige Themen, die uns auch in den kommenden Wochen beschäftigen, gerade die US-Wahl. Es ist ja relativ, ja doch schon ziemlich kurios, dass sich Donald Trump ganz klar pro Bitcoin positioniert hat und die mögliche Präsidentschaft ein ganz klarer Bitcoin-Play ist. Also Donald Trump ist sozusagen die Trumpfkarte der Bitcoin-Fans, während die Demokraten eher Bitcoin-skeptisch gesehen werden. Hat beispielsweise auch mit dem SEC-Präsidenten zu tun. Das ist die Krypto-Behörde in den USA. Gary Gensler ist der Name, von dem Trump schon angekündigt hat, dass er ihn direkt aus dem Amt befördern wird, wenn er eben gewählt wird. Also da erwartet man sehr viel Rückenwind von Donald Trump. Aber die Präsidentschaft wurde ja in den vergangenen Wochen doch etwas ausgepreist. Also man hat jetzt eher wieder Kamala Harris in den Umfragen vorne gesehen. Und das hat eben auch zu Druck auf den Bitcoin geführt. Dazu haben wir immer wieder so Nebenkriegsschauplätze, die für Bitcoin-Investoren leider sehr schwer zu berechnen sind. Beispielsweise Verkäufe durch staatliche Institutionen. Da gab es jetzt auch wieder größere Bitcoin-Verkaufswellen durch die USA. Beschlagnahmte Bitcoins kommen da auf den Markt. So etwas drückt den Kurs. Und deswegen auch da die Volatilität hoch. Aber das sehen wir ähnlich wie bei Gold. Nur vielleicht wirklich, dass man sich ein bisschen mehr Puffer lässt. Also dem Bitcoin nicht unbedingt hinterherläuft, aber sich auf der Unterseite auf die Lauer legt. Das macht man bei Fine Good Research auch so. Jetzt haben wir über diverse Anlageklassen gesprochen. Wie könnte denn da ein Mix aussehen? Wie könnte man das jetzt alles als Anleger gut zusammenführen? Ja, wir sind grundsätzlich bullish auf Aktien. Man muss natürlich sehen, dass die Bewertungen schon in vielen Bereichen relativ hoch waren. Das heißt, wir fahren dann einen Dreiklang bei Fine Good Research. Wir haben einerseits eine hohe Aktienpositionierung. Da setzen wir auch auf starke Marken. Wir haben da ein sogenanntes Markenwertportfolio, wo wir eben diese großen Namen abbilden. Auch US-Tech-Titel. Da ist Amazon momentan unser Favorit. Aber eben auch die genannten Konsumgütertitel. Beispielsweise wie Starbucks. Wie eine Coca-Cola. In Europa kann man sich auch eine Nestle anschauen, die leider in diesem Jahr nicht gut gelaufen ist. Dann fahren wir momentan noch einen gewissen Cash-Bestand, um auch Richtung Herbst manövrierfähig zu sein. Also zu investieren zu können, wenn die Märkte nochmal zurückkommen. Und wir bauen auch gezielt Absicherungen ein. Das machen wir über Zertifikate und Optionsscheine und versuchen da sozusagen intelligente Strukturen einzubauen, die auch eine gewisse Seitwärtskomponente beinhalten. Das heißt, wir profitieren so lange, dass die Märkte nicht sehr, sehr stark steigen, kassieren wir eben auch eine gewisse Seitwärtsrendite. Sagt Nikolas Saurens von Fine Good Research. Vielen Dank, dass wir heute hier an der Frankfurter Börse waren. Und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.